Lang ist's her, da entstand das Osterfest. Um dies zu besiegeln, überreichte man ein goldenes Arme. Wunderschön. Ganz für den Dicken. Boah, geht das ab? Hilf es, das hoch. Fangt ihn mir alles auf, Bruno. Ruhig, oh. Nein. Lebst du noch? Äh, ein Engel. Ist das hier die Häschenschule? Euch gibt's wirklich? Ja, also bitte, such dir erst mal ein Bett im Schlafsaal. Emmi erklärt dir sicher gern die Schulregeln. Schlafsaal, Riegeln, Frühsport? Ohne mich geht immer wieder euren Eierkram machen. Ihr lebt hier echt hinterm Mond. Wow, das ist ja... Toll, oder? Der Verschwindibus. Hä? Den brauchen wir zum Eierverstecken. Oh, hier will ich bleiben. Gutes Gefühl im Bauch. Kann doch nicht so schwer sein. Du willst Osterhase werden? Mit den Stimmen von Senta Berger, Friedrich von Thun und Noah Levy. Diese lause Bengel soll uns eine Hilfe sein? Abwarten. Das gibt's ja nicht. Da ist das goldene Ei versteckt. Das Ei verleiht uns Kraft gegen die Füchse. Guck mal, die leckeren Hasen. Sie werden es nicht kriegen. Weiter nach rechts. Ja. Ja. Hallo. Max gehört doch jetzt zu uns. Ja. Die Häschenschule. Jagd nach dem goldenen Ei. Großstadtluft. Es gibt echt nichts Besseres. Frei nach dem Kinderbuchklassiker.